Jetzt bitte Yvonne Schmidt mit LES. So, bitte bereithalten die Startnummern 42, 43, 45, 46, 47. Und da hinten da hätt ich einfach noch mehr eindrehen müssen. Die Wippe war blöd, aber anders. Ja, okay. Ja, okay, aber die vorbeigehen werden ja auch gemacht. Die Blicke. Ja, ja, klar. Ja, weil es dich nervt. Du siehst es ja ganz genau, ich sehe es hier sofort. Das war leider dieses... ...nächstes Startnummern, die 42, Stephanie Geig von Menschenpunkt im Münsterland mit Dorian. Die Höhle noch vergesst. Sie wird vergesst. Sie wird vergesst.